hallo und herzlich willkommen zurück zum best of three gegen den zack tv auf irgendeiner map auf eine andere map diesmal aber ist diese map besser? das ist die wahl spätpilogen gesetzt das ist nicht gut ist alles ok noch das ist ne ziemlich kurze map ne ja deswegen guck ich ja gleich rüber oh 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 bei mir lags oh oh kein laggy boy laggy laggy keine echse wie keine echse keine echse keine echse jetzt kommt echse er hat pool first gespielt ja das kostet aber viel mineralien drei stück oh ganz viele alle alle ist immer gut ja was macht der jetzt nur noch mal durch ach das ist doch doof das ist sinnlos ja das kostet viel zeit wir brauchen mehr mineralien wir brauchen mehr mineralien wir brauchen mehr mineralien wir brauchen Euro Da ist er duriert. Uh, zwei Linien. Was ist was mir Schönes? Ich will überfliegen. Ja, Roaches bringt's nicht oder? Ich sind Roaches nicht. Aber die sind die schnellen Linien. Guck mal, wie ist mein Ding rüber? Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, aber schon? Ach, ein oberer oder umsonst. Sieht doch nicht mit auf die Linke, das sind paar mehr. Mit hemmorphose abgeschossen. nur beides das sehr gut und auch den oberhof bekommen so muss es sein so viele länge oder der dritte in der waldung sind dann haben wir dann gleich go man wo zu dir oder was probiert das sind so viele länge in der spiel den anscheinend ein anderer macht das eck wir brauchen unsere streitkräfte jetzt können wir machen aber die x auch gleich durch sein die ist durch antwort rochers ich bin auf kolossi und sterfläche und macht die exe weg so ich muss da noch halten können zu hause ich hab schon wieder zurück und meine trocken sollte man eigentlich halten können kommen sie die ex haben wir sind gepflegt locker halten mineralienfeld ach ist das denn jetzt gemacht ne falsch das und schöner beläht der schwarzen klasse wird angegriffen von der anderen seite ich könnte jetzt aber gleich ein go machen ich bin ein cooler stars ich sollte ein go machen dann los das sind meine belähtlinge zu hause zur sicherheit ne ja weil die sind schon wieder die gold ne naja dann holen wir sie wieder das waren zu viele roaches das waren zu viele roaches das war gut gemacht aber nicht reinkommen brauchen wir langsam eine exe ich denke nicht dass wir jetzt versuchen bei uns reinzukommen das war leider meint halt schon eine gold ne das ist das problem also das ist ne wir lassen nochmal einen go probieren machen wir mal einen ball mal gucken Oh, Roaches wollte ich mir schon. Übergewicht drin, ne? Ja, Burwood Roaches. So, was hier? Ja, die müssen sich ausgraben. Ja, die killen aber mein Zeug. Kann ich komplett zurück switchen. Versuchen uns Ecker zu killen. Ja, schaffen sie auch, wie's aussieht. Dann machen wir jetzt ein Base Trade. Kann halt grad nix bauen. Kann halt um Burwood machen. Oh, was hier jetzt getraubt kommt. Oh, die Roaches von hinten hol' ich mir noch. Wecklust drauf auf die Base. Wir brauchen mehr Mineralien. Bosse, lockern. Hast du einen Overseer dabei, ne? Ja, bist du komm. Great. Schau mal durch unten. Sehr schön. Er ist raus. Wir haben's geschafft. ZerkTV ist raus. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Der ist doch raus. Boah. Best of Three, Alter, gewonnen. Ohne TT zu schreiben, ne? Geht einfach raus. Ja. Nice. Sehr schönes Spiel. Richtig schönes Spiel, ja. Puh, ich würd' sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ja, würd' ich auch sagen. Wenn wir wieder kurz vorm Meister sind. Ja, bis dahin ausruhen. Auf jeden Fall. Ciao, ciao. Dann? Nicht abonnieren, nicht vergessen. Nicht abonnieren, okay. Oh, oh. Nee, abonniert bitte. Nein. Wirst du, wie's meint. Genau. Macht's genauso, wie er gesagt hat. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.